Hallo Freunde, bei mir geht es heute um die Ikea-Lampe Cinerlick. Und ja, die kostet 69,99 Euro, ist in der Größe E27, also vom Birnendurchmesser hier, vertreten. Die sind gar nicht so günstig, die kosten eine Stange Geld, wenn man das vergleicht in Bezug auf die Lampe. Und wir schauen jetzt mal, was hier alles da drin ist, original gekauft bei Ikea, und wie man die anbringen kann und wie sie denn auch schlussendlich aussieht im Wohnzimmer. Denn die soll hier oben ein bisschen gleich aussehen, wie das, das wir hier im Esszimmer haben. Und da bin ich mal gespannt drauf. Der Lieferumfang ist überschaubar. Und ja, das ist wie gesagt nicht mit dabei, das Leuchtmittel in E27, müsst ihr euch drum kümmern. Und ich habe mir jetzt schon mal hier so eine Art Akkuschrauber beiseite gelegt, denn ich muss die alte Lampe ja auch noch wegmachen. Das ist hier das gute Stück, und zwar ist das dreigeteilt. Das schiebt man dann so auseinander, und das gibt eine schöne Lampe. Und ja, was haben wir hier noch mit dabei? Und zwar einmal den Deckel oben, ganz klar, das ist der Abschluss. Da kommt das Kabel aus der Decke oben raus. Und das ist dann hier in schwarz gehalten, ist Kunststoff, ganz klar, nichts Hochwertiges. Dann haben wir hier noch einen Abschluss, der kommt nach unten hin, vom Kabel. Da wird das Kabel durchgeführt, zusammengeklipst. Und dann haben wir hier noch so eine Multifunktion. Und zwar haben wir hier eine Öse, da hängen wir das praktisch auf. Hier wird das Kabel durchgeführt, und hier können wir dann auch unseren Anschluss hier festklipsen. Also das zeige ich euch dann gleich. Und was auch richtig gut ist, die Anleitung, das ist Ikea-typisch. Da ist alles bebildert und nochmal erklärt, wie man alles macht. Aber das gehen wir dann Stück für Stück durch. Da zeige ich euch, wie man die Sachen hier benutzt. Als erstes brauchen wir hier dieses schwarze Teil und unsere Abschlusskappe. Logischerweise stecken wir das in der richtigen Richtung nach oben hindurch. Wir wollen, dass das hier unser Kabel und unseren Haken verdeckt. Also kommt das nach oben hin raus. Und dann müssen wir unten als Abschluss diese schwarze Kappe drauf machen. Und zwar muss hier das nach chronisch unten gehende nach unten zeigen. Wir legen hier unser Kabel rein, setzen das aufeinander, und das macht Klick. Jetzt nicht wundern, das labbert hier noch ein bisschen hin und her. Das hat aber hier ein Innengewinde. Und da kommt dann später hier unser weißes Teil ran. Und anhand dessen tun wir natürlich auch dann die Länge der Lampe einstellen. Beim nächsten Schritt solltet ihr schon in etwa die Höhe eurer Lampenposition wissen. Das macht es ein bisschen einfacher. Ihr habt aber durch diesen tollen Clip-Mechanismus hier die Möglichkeit, das tatsächlich immer abzuändern. Denn jetzt müsst ihr darauf aufpassen. Das Kabel ist hier das, was nach oben zeigt bei dieser Beugung. Und die Klappe, die geht euch entgegen. Und hier kommt dann zum Schluss unser Anschlussteil dran. Und jetzt gehen wir einfach her und ziehen das hier durch als Schlaufe. Jetzt haben wir natürlich hier die Möglichkeit, das leicht anzulegen und ziehen uns das zurück. Mehr war das im Endeffekt nicht. Und das Kabel, was jetzt nach unten abläuft, schrauben wir nachher in unseren schwarzen Adapter, ihr erinnert euch, hier rein. Das heißt, den Adapter schrauben wir dann später, na wo ist er hier, den schrauben wir an unser weißes Teil dran und können das somit fixieren. Jetzt sind wir eigentlich schon bereit zur Deckenmontage. Das heißt, das hier ist die Öse, wo unser Haken für die Lampe reinkommt. Und zum Schluss, wenn wir hier unseren Leiter und neutral angeschlossen haben, wird das hier reingeklipst. Und da müsst ihr natürlich wissen, bei mir sagt es die Frau, wie weit soll die Lampe runterhängen. Das können wir aber ganz zum Schluss einstellen, wenn alles schon hängt. Dann machen wir einfach hinten unser Bügelchen hier auf und ziehen noch ein bisschen nach. Aber das gucken wir uns alles später an. Ja Freunde, also einen besseren Blickwinkel gibt es von hier oben nicht. Da wirft auch ein bisschen was Schatten. Aber es ist auch kein Wunder, denn ihr müsst in jedem Fall hier die Kabel stromlos machen. Nehmt hier noch einen Prüfer und schaut, dass hier kein Strom anliegt. Macht die Sicherung raus und schützt auch den Sicherungskasten vor erneutem Einschalten. Das brauche ich tatsächlich nicht immer wieder zu erwähnen, aber das schützt euer Leben, wenn man das mal so sagen kann. Dann haben wir hier ja unsere Vorrichtung für den Haken. Natürlich werde ich hier später noch ein bisschen abschmirgeln und feinspachteln, denn ich hatte noch die alte Lampe dran. Und jetzt knarrt hier mal wieder meine Trittleiter. So, und dann haben wir natürlich jetzt noch das Problem mit den Kabeln. Wir können unsere Lampe jetzt erstmal runterhängen lassen und die kann man ja nachträglich dann noch einstellen. Jetzt haben wir hier L, die Leitung, Neutralleiter und wir haben hier auch eine farbliche Markierung. Das heißt, wir machen Blau zu Blau. Dann drücken wir hier einfach rein und stecken das rein. Und das muss ich wirklich sagen, hat bisher bei diesen Ikea-Lampen durchweg geklappt. So, achtet da in jedem Fall drauf, dass ihr nicht zu viel abisoliert und dass ihr nicht blank rausschaut. Das ist natürlich dann immer wieder so eine Sache. Das kann auch mal in die Hose gehen. Jetzt haben wir natürlich hier oben so ein starres Kabel. Das stört mich ein bisschen. Das können wir tatsächlich dann noch ein bisschen in die Decke reinmachen. Ist ja kein Problem. Das können wir ja dann auch später noch rausholen. Und wir müssen jetzt erstmal hier unseren Anschluss sichern. Und dann habe ich ja gesagt, können wir jetzt hier reinklicksen. Das heißt, ihr habt das jetzt ordentlich verlegt. Hier schauen die Kabel raus. Die sind hier angeschlossen. Und ihr habt jetzt nachträglich, wie ich ja schon gesagt habe, noch die Möglichkeit, wenn ihr das Kabel hier rauszieht, könnt ihr hier einmal das rausmachen. Das braucht ihr aber auch gar nicht. Aber ihr könnt von unten nachziehen. Das heißt, wir gehen hierher und ziehen hier einfach ein bisschen hoch. Und wenn ich dann die Höhe habe, ziehe ich es hier nach, mache mir meine Blockade wieder zwischen rein und achte darauf, dann komme ich ein bisschen höher. Wenn ihr das so haben wollt, ich werde das später auch noch ändern, denn dann weiß ich, wie hoch das sein soll. Das entscheidet nicht ich, das entscheidet meine Frau. Dann können wir unsere Kabel hier oben noch einhängen, wenn wir das wollen. Es gibt noch hier so zwei Vorrichtungen, damit das alles unter diesem schwarzen Teil hier hängen bleibt. Und jetzt müssen wir natürlich dann auch direkt drunter bleiben. Das heißt, wir mitteln uns das aus. Und jetzt kommt unser schwarzes Teil hier zum Einsatz. Und das soll hier einfach unten in dieses weiße Element reingedreht werden. Und je nachdem, wie hoch ihr das habt, müsst ihr das ein bisschen länger. Und ansonsten, bei mir hat es jetzt schon gefasst. Ich kann das leicht andrehen. Und ihr seht, dass die Lampe hängt. Also kein großes Hexenwerk. Das ist, wie gesagt, Plug and Play, wie ich das immer so schön sage. Dann müsst ihr hier einfach dieses schwarze Kunststoff noch ein bisschen sauber machen. Und ansonsten war es das. Und ich würde sagen, jetzt im Nachgang schauen wir uns noch mal an, wie die Lampe aussieht. Mit einer schönen Birne drin. Da kommen ja rein hier maximal 22 Watt E27. Die Sinnerlik-Bambusleuchte aus Handarbeit, muss man dazu erwähnen, hängt jetzt. Und ich finde, das passt richtig gut jetzt zu diesen zwei Bambusleuchten hier im Esszimmer. Ich habe den Hintergrund extra mal ein bisschen dunkel gemacht. Es wird ja jetzt auch Herbst. Und da macht das wirklich einen richtig warmen, wohligen, so eine Atmosphäre. Ich finde das auch ganz toll. Diese Lampe strahlt nach oben hin ab. Also ihr seht hier diesen Ring oben. Finde ich ganz toll. Ja, und mit dieser E27-Leuchte passt das richtig gut. Wir haben es farblich ein bisschen angepasst mit den Gardinen und auch den Decken und den Kissen. Also da passt jetzt wirklich richtig toll. Ich finde sie wirklich klasse. Diese Sinnerlik von Ikea für 69,99 habe ich ja erwähnt. Ist es jetzt eine Lampe, würde ich bezeichnen auch mal als Schnapper. Ja, weil die sieht toll aus und erfüllt seinen Zweck. Und die kann man, wie gesagt, auch in der Höhe verstellen. Ich habe die jetzt so hingemacht, damit sie nicht stört. Und ja, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen helfen bezüglich Anschließen dieser Lampe. Oder dass ihr sie einfach mal sehen konntet, bevor ihr sie kauft. Und ja, dann würde ich mich auch noch über neue Abonnenten freuen. Aktiviert gerne die Glocke. Da verpasst ihr keine weiteren Videos. Dann wünsche ich schöne Herbsttage. Vielleicht auch mit einer neuen Einrichtung. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.